Ah! Oh Mann, Sie sind nicht der Einzige hier, der schmerzen hat. Ah, kennt was schon, Russpuren. Klarer Fall von Selbstverstümmelung. Na, da kommen wir gerade. Aber wo wartet Ihr? Schafft den Verräter hier weg? Nein! Ich schaff das nicht. Wir erwischen uns doch. Ich geh wieder zurück. Das hätten Sie früher überlegen müssen. Jetzt ist es zu spät. Auch Bruce, kein Fehler. Du auch nicht. Da bin ich wenigstens nicht der einzige Sturmpionier. Wir sollten viel mehr Spezialisten wie uns ausfliegen lassen. Wir werden schließlich noch gebraucht. Ich hab Zeugen hier, der Schmerz hat. Vaterunser, der ist die Welt. Ich werde sterben. Was ist denn los? Fieber, mein Junge? Die Unterschrift kann man ja kaum noch entziffern. Wie heißt denn der Arzt? Kannst du nicht ordentlich Antwort geben? Doktor Haider. Entschuldigung, Herr Stabsaas. Er hat einen schweren Schock. Panzerabwehrschlacht. Sein besten Freund hat seinen Unterleib weggerissen. Hier, mein Junge. Gegen das Fieber. Du bist ja bald zu Hause. Passen Sie auf den Kleinen auf. Jawohl, Herr Stabsaas. Na geh. Anz! Arz! Anz! 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 Hier sind wir! Arz! Anz! 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 Er kommt weg! Er kommt weg, sonst ist mir! Du schau! Ich lass mich nicht mehr verhalten sein! Er kommt weg! Er kommt weg, sonst ist mir! Er kommt weg! Kommen Sie, unsere Lamentarängste, diese Haarschlecker! Aus! 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 Ja, 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 ja! Untertitelung des ZDF, 2020